Hallo, hier ist der Profi Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Hirschschulter auslöse. Es handelt sich hierbei um einen Schmalspießer, das heißt, er ist einjährig. Ich lasse das Wild eigentlich immer zwischen acht und zehn Tage im Kühlhaus abhängen. Sie werden merken, die Reifung findet ja statt und das merkt man einfach im Geschmack. Der handelt sich um ein wunderschönes Stück. Es wurde nicht aufs Blatt geschossen, wie so üblich. Sehen Sie es gleich, das finde ich besser. Aber jetzt zeige ich Ihnen, wie ich das mache. Ich zeige Ihnen eine Schulter, die ich auf die Seite lege. Ich lege immer so, dass der Vorderlauf zu mir schaut. Da ist das Schulterblatt, das Mittelknochen und der Oberg und der Ellbogen. Und der Ellbogen geht da her. Sie müssen erst einen Schnitt von da bis da her machen. Und was ich auch sagen will, wenn Sie heute zerlegen, ganz wichtig ist immer, dass Sie Kettenstützen tragen. Den Kettenhalsch können Sie tragen, müssen Sie nicht tragen. Da kann nicht so viel passieren. Aber wenn Sie da sich im Bauch schneiden, bitte tragen Sie immer ein Kettenstützen. Das ist einfach Ihre Sicherheit. Kuss nicht die Welt, die haben es ewig und es ranziert sich auf jeden Fall. So, dann fangen wir an. Immer schauen, dass Sie mit dem Weser schön am Knochen sind. Da ist der Ölbogen. Da das Gleiche. Schauen Sie, und da ist ein Gelenk. Sehen Sie, das wackelt. Das durchtrennen Sie. Jetzt drücken Sie mit der Hand Blatt, damit der Ellbogen hin steht. Das kann man nicht wegschauen. Schauen Sie, und der Knochen ist sauber. Das kann man da bleiben. rauszuschneiden. Wenn Sie das nicht machen, ist auch egal. Aber machen wir es. Schauen Sie, der Knochen ist weiß. Jetzt drehen wir die Schulter. Drehe ich jetzt um, so her. Jetzt ist das Schulterblatt hier. Da ist der Mittelknochen, Oberarmknochen. Geht schnell. Schauen Sie, da ist immer ein Fleischstuhl drauf. Da steu ich, dass ich den genau noch einen Fliesen entlang schneide. Schauen Sie, da haben wir noch eine Drüsen. Jetzt schauen wir, wenn da der Ellbogen war, auf der gegenüber sitzten Seite. Schauen Sie, bei den Knochen. Schauen wir da her. Und da ist es, und da ist die Schulterblatt. Da drin ist es. Schauen Sie, das Messer, das Messer, im Gegenüber gesetzte Seite, das Messer leicht schräg halten, wo der Ellbogen war. Nicht zu tief. Schauen Sie, das ist wahrscheinlich da am Knochen entlang. Immer schauen, dass man die Beine hat. Das ist ein junges Stückchen, das geht. Da kriegt man die Knochen schon weiß. Schauen Sie, das wird schon passen so. Und jetzt nehme ich erst das Schulterblatt raus. Das Schulterblatt, Sie sehen da aus der Linie. Wenn es die andere Schulter ist, müssen Sie da rein schneiden. Aber ich schneide das, was so liegt, schneide es von der Seite. Und da ist die Naht. Schauen Sie. Und da schneide ich so, dass ich am Blatt um bin. Dann nehme ich den Messer am Rücken. Dann nehme ich die Beine mit. Auf der Seite jetzt aufpassen, nicht zu tief, nicht zu tief einzuschneiden. Und jetzt drücke ich das Schulterblatt hier ein bisschen, damit es hier rauf steht. Und dann so her. Ob Sie jetzt ein Reh haben, ein Gams, es ist sich komplett egal. Es ist bei allem gleich. Das läuft überall gleich. Beim Schwein. Jetzt nehme ich den und ziehe ich ihn. Schauen Sie, da ist kein Fleisch drauf. Siehst du das? Da ist kein Fleisch drauf. Das ist ein weißer Knochen. Absolut weiß. Da schneide ich den Knorpel weg. Und jetzt kommt der Oberarmknochen, was es ist. Da schneide ich. Mal schauen, dass man da die Beinhard durchtrennt. Ich muss das so haben. Ich drücke immer mit Ölbogen ein bisschen drauf. Schauen Sie. Und da. Sehen Sie das? Der Knochen ist weiß. Der ist wirklich weiß. Da brauchen wir ihn zu. Und das zu putzen. Ich putze es jetzt zu für einen, der das Gulasch selbst schneiden will. Da mache ich. Schauen Sie, die Sehne. Ich schaue, dass immer ganz bleibt. Da schneide ich das erstes aus, diese grobe Sehne. Jetzt schneide ich. Da ist das Schulterblattdeckel. Das flachsige schneide ich weg. Und ich schneide auch so. Da ist eine Sehne drin. Die schneide ich einmal weg. Weil wenn das eine Würstchen macht, oder verschirrt das, haben die Sehne drin nichts verloren. Da schneide ich weg. Und wichtig ist, dass man die Stücke immer in Form bringt. Das heißt, dass man sie ein bisschen gerade schneidet. Und die Schulter läuft jetzt so aber. Da schneiden wir da her. Und da schneiden wir so. Das ist jetzt die Wade. Das ist die. Immer schauen, dass man sie schön in Form bringt. Und dann drehe ich es mir um. Und da ist der Schultermeißel. Schulterschärzel. Da schneide ich die Haut ein bisschen weg. Wenn ich es jetzt für die Küche mache, für einen Haushalt, dann schau, dass ich die Haut runterkriege. Aber wie gesagt, das ist ein Gastronomiebetrieb. Der will das nicht. Der will das so haben. Da schneide ich vorne den. Da ist die dicke Schulter. Da schneide ich auch immer. Da ist eine grobe Sehne. Die schneide ich vorne den Kopf gerade ein bisschen weg. Da kann man vielleicht auch so abpacken. Da ist noch eine Drüsen, die kommen weg. Da schneide ich ihn weg. Da schneide ich ihn einfach weg. Da schneide ich ihn einfach weg. Wenn ihr das jetzt noch wollt, können wir das auch noch ein bisschen wegschneiden. Dann schaut das auch schön aus. Weil er trennt, geht er zum Faschierten. Das sage ich immer wieder. Und das ist jetzt die dicke Schulter. Das wäre die Schultermeißel, die Schulter platt und die dicke Schulter. Und da haben wir noch die Wade. Die lasiere ich jetzt auch zusammen. Da schneide ich kein Gulasch. Da schneide ich nur die Zehenköpfe weg. Und ich kann meine sagen, es ist immer weggeschnitten. Aber wenn es für die Gastronomie ist, da schneiden wir auch weg. Und da ist noch so ein bisschen ein Nerv. Den schneiden wir auch weg. Da schneiden wir das weg. Jetzt wird herrlich werden die ganze Jungs Kirschlein gewesen. Das war ein Schmalspießer. Ich selber bin ja mehr bei der Bogenjagdsaß. Als ich mit dem Gewehr. Ich jagge auch selber schon eine Ewigkeit. Mit sieben Jahren habe ich angefangen. Nicht vor sieben Jahren, sondern mit sieben. Das mache ich schon eine Ewigkeit. So. Jetzt drehen wir das um. Schau, da ist noch eine Aura. Und die schneiden wir auch weg. Die schneiden wir auch weg. Die schneiden wir auch weg. Schauen Sie? Und das ist die Wade. Und wie gesagt, die Knochen sind weiß. Wenn sie das für sich selber brauchen. Machen sie es einer kleineren Person. Dann können sie es so schneiden. Schneiden sie so oben, so oben, so oben. So ein Stück Knochen oben. Guter Schneiden. Würfel schneiden. Kann da nichts mehr passieren. Sie müssen sich einfach selber getrauen. Das ist gar nicht so große Hexerei. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Abonnieren Sie mich. Daumen nach oben. Für Olli Jäger wünsche ich euch ein kräftiges Wettbewerbsfeld 2021. Ihr Profi Metzger Ralf. Bis zum nächsten Mal.